Okay, wir waren gerade dabei zu leveln, habe ich ja gerade gesagt, du Idiot. So, weil wir haben, wir fangen gerade bei der zweiten Kugel an. So wie ich sehe, sozusagen hat er uns eine Kugel gelevelt, was ich geil finde. So. Yo. Da, machen wir das wieder hoch, das runter. Entry, jaja. Dann nehmen wir wieder die auch mit, aber dann killen wir sie wieder mal. Weil sonst passiert genau das, dass sie abhauen, genau. Alter, und der kloppt immer noch mit dabei, das finde ich immer so beschissen, ey. Boah. So haben wir uns die alle, ja. Ähm. Die und die da hinten. Hauptsächlich so viel, wie es geht. Ein, einmal ein Skill rein. Hauen. Und dann die. So, wir haben ja jetzt 37%. Das heisst, dass wir gleich level up sind. Also das gleiche ist gut gesagt, aber... Dass wir immer näher und näher dran kommen, level up zu werden. Sagen wir mal so, wie sie ist. So. Wieder SK rein. So, hier nehmen wir das ganze Gold mit. So. Ähm. Dann gehen wir hier hinten durch und... Yo. Auf die Hoffnung, dass wir dann level up werden. Hä 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 hä. Ne, level up wird man immer einmal. Das ist logisch. Die Frage ist nur, wann. Was, wie und das, wann. Weil, wenn wir dann level 30 sind. Dann geht das ja, ist das ja sowieso fein. Beziehungsweise level 27. Da werden wir uns eher mit dem Shandarami-Entwurf fertig leveln. Also OTM wahrscheinlich. Kurz weg. Ja, endlich. Okay. Ne, und wahrscheinlich werde ich eben mit Dina einfach die ganze Zeit zocken. Also mit dem... Uncle Ray. Außer wenn einer von euch schon wie... Äh, wie erwähnt. Ähm. Mitzocken will. Dann soll er mir, äh, den Ingame-Namen schreiben. Und dann kann ich ja euch mit hochziehen. Können wir zocken. DS. Von mir aus auch. Wie gesagt, ihr müsst nicht mitreden bei der Aufnahme, wenn ihr nicht wollt. Oder einfach nur so mal Ingame treffen, dass man sich einfach nur so... Labern kann und so weiter und so fort. Geht alles. So. Äh, noch 3%. Dann haben wir 50%. Das heißt, dass es ungefähr noch... Nicht ungefähr, dass genau noch eine Kugel fehlt für das Level-Up auf Level 24. Ähm. Und dann sind das eigentlich eh nur noch genau 3 Level. Bis wir, äh, mit Shandaram hochleveln können. Bis wir uns mit Shandaram hochleveln können. Sagen wir so. Weil das halt viel feiner ist. Alter. Ähm. Ja, aber sonst eigentlich... Passt es eh ganz gut. So, und nehmen wir die auch noch mit. Natürlich die auch. Einfach alle. So, perfekt. Gehen wir noch da hoch. Machen wir das wieder auf Stärke. Okay. So. Jo. Passt alles perfekt zu, wie es gerade ist. So, fertig sind wir eigentlich ab. Also, wir haben jetzt 55%. Das heißt, es geht eigentlich immer besser und besser. Oh. Ich weiß, ihr denkt sich auch bestimmt... Oh. Schon wieder leveln. Ja, das denke ich mir leider auch. Aber wie gesagt, das muss man leider in Medien machen. Und, äh, es wird extrem viel noch von Medien SG kommen. Also, die D-Runs, Abbauts, Duelle natürlich. Ähm. Vielleicht noch ein paar AGKs und so weiter. Viel, 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 viel. Also, daher. Ich glaube, wir haben ja noch viel Spaß zusammen haben in Medien. Außer, wenn wir zu den Uppen kommen. Scheiße. So. Weil jetzt haben wir 59%. Ja, komm. Okay, 60%, Leute. Und ich nehme seit 6 Minuten auf. Diesmal habe ich mir bei dem Handy die Stoppuhr eingeschaltet. Weil ich gesagt habe, ich nehme jetzt nur noch eine Stunde auf. Weil ich nehme ja seit 3 Stunden nonstop auf. Das heißt, ich würde dann 4 Stunden nonstop schon aufnehmen. Außer mit ab und zu eine kleine Raucherpause und so weiter und so fort. Und weil ich muss dann noch ein paar Dead Island Let's Plays enkutieren, rendern und so weiter. Dann das noch. Dann über einen ganz neuen Let's Play auch noch. Was aber davor erscheinen würde. Ich glaube, das ist ja jetzt mittlerweile schon ein paar 29 oder so. Halt übertrieben. Übertrieben. Aber da kann man nichts machen. Das ist so. So, 64%. Ah, das Leveln wird dann in höheren Leveln noch viel feiner. Das sehe ich jetzt schon. Aber wenigstens lag, dass du es jetzt nicht mal so übelst. Ähm, jo. Sonst passt es eigentlich her. Ja, man spricht das auch mit lag, ne? Und was ist das? Wisst ihr, oder? Na ja, Alter. Kannst du bitte 30 Minuten lang Level machen? Fragen wir mal. Ganz nett. Nein, ein Necklace. Ja, wir schauen uns auf XP. Wenn ich 22 bin. Okay. So, und jetzt kommt wieder da Der Freund Alec Hallo, wie geht's denn dir heute? Gut, ja, das glaube ich auch Also, so siehst du nämlich aus Hallo guys, I'm back Ja, hallo Don't use caps in the Call chat So, oh Ich liebe Alec Außer vielleicht kann ich doch keine ganze Stunde mehr aufnehmen Wenn die Festplatte nicht mehr mitmacht Wie gesagt, ich leite das hier alles Direkt schon auf die Festplatte Aber wie gesagt, das sehen wir ja Und sonst level ich dann eine Runde Offscreen bis 27 oder so Ich meine, das ganze Gelevel Wird jetzt auch wieder nicht oben sein Weil das ist auch ein bisschen übertrieben dann Also So, das ist dann wieder echt Hart Na, Leute Dann würde ich jetzt echt sagen Ich level jetzt Offscreen weiter, weil Das bringt euch bestimmt So in dem Fall noch um Und mich auch noch Ja, dann sage ich Aber an dieser Stelle Vielen Dank Fürs Zuschauen Bei den Let's Play Made in 2 SG rein Ähm, ich hoffe Ihr schaltet auch Zu den nächsten Parts Wieder ein Und ja, mein Name ist Da auch Ketchup Aber das ist ja bestimmt Und ich sage dann nur noch Tschüss Tschüss Und ich sage dann nur noch Ich sage dann nur noch